Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia. Jetzt haben wir diesen Raum hier erledigt und jetzt müssen wir erst mal wieder hier raus und jetzt müsste eigentlich die Brücke draußen wieder funktionieren, soweit mich nicht alles täuscht. Meine Nase schon zu Beginn dieser Aufnahme. Was fällt eigentlich ein Nase? So. Mir hat jemand gesagt, wir müssen auf jeden Fall erst mal ins linke gehen, bevor wir ins rechte gehen. Ja, geht es noch weiter? Ja. So, das kann man jetzt auch mal da machen. Ah, das funktioniert. So. Aber irgendwie funktioniert es noch nicht ganz. Hallo? Die Brücke ist stecken geblieben und muss angehoben werden, um sie wieder... Wie? Jetzt muss ich es noch mal anheben? Bitte F! Hallo? Ah, jetzt nur... Ah, okay. Ich gehe jetzt erst mal in die... Schau wieder in die Zisterne. Waren wir da letztens nicht schon? An irgendwas kann ich mich erinnern. Ha, ich glaube, da habe ich mir in die Hosen gemacht. Nein, sieht eher aus wie eine Kanalisation. Blütenblätter. Hm? Du konservierst das Wasser aus dem Spring. Ja, es hilft mir, das Wasser in den Drain-Sewern zu einem bestimmten Weg zu kontrollieren. Auch kann es auch für... ...eine Art und Weise verwendet werden. Wie zum Trinken? Ja, das auch. Aber meistens, um verschiedene Maschinen zu laufen. Ah, wie eine Wassermühle. Das ist so. Also, wir müssen Wassermühlen anmachen. So, habe ich das jetzt daraus interpretiert. Aber das ist nicht gesund, oder? Gehen jetzt erst mal hier so lang. Hier ist alles kaputt. Meine Güte. Toll, jetzt bin ich hier runtergefallen. Habt ihr das auch gerade gehört? Da redet doch irgendwas. Haha, ich will nicht mehr. Oh, ist ja chillig hier. So. Ah, da kann ich dran drehen. Ah. Feuerstieg. Oh, oh. Ein Wassermonster. Oh, da ist eine Notiz. Mhm, mhm, mhm. M's, mhm, mh. Ja, mhm, mhm, mhm. Wow, krass. Ich bin begeistert. Ja, Maul. So, das drehen wir jetzt erst mal. Nööö. Okay. In der ZerzPlane befindet sich Ventile, die Wasser aus der Kanäle station ableiten. Um die Kanäle zu betreten. Boah, boah, boah. Okay. Es ist relativ dunkel geworden jetzt hier drin. ich habe keinen bock ins wasser zu fallen ich glaube das wird tödlich so haben wir öl gefunden wasser tritt langsam in die kammer ein da ist ja irgendwas drin ok aber ich bin doch von hier eben auch hier drüber so ist aber licht an da vorne scheint als müssen wir da nicht hin aber ich glaube wir müssen hier richtig langweilig hier drin ich dachte jetzt gibt es hier fette monster action aber irgendwie hallo es ist eine rostige kette der decke befestigt okay eine brücke muss heruntergelassen werden um fortzufahren jetzt muss ich auch noch eine brücke runter lassen nein ich muss irgendwo dahin genau da dann schaffen wir da jetzt mal hin so alles ohne gefahr hier das sieht aus als würde mir das wehtun aber alles kein problem hier voll easy was denn los da drehen wir auch mal dran ah die ventile haben aufgehört zu den schlitz habe ich genau gesehen ja so laufen wir einfach mal hier so lang noch eine umleitung irgendeine geschichte teil zwei bla 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 krass übertrieben wird halt mal nicht übertrieb man nicht und ich jetzt okay hier ist nichts sondern drehen wir jetzt mal auch noch da dran sieht genauso nicht gesund aus aber noch ach die musik die tut nur so als wäre es schlimm das ist eigentlich gar nichts scheiße wo muss ich denn noch mal hin jetzt da hinten muss ich hier ne scheiße jetzt muss ich hier komplett komplett durchlaufen war ja gar nicht schlimm ich dachte jetzt irgendwie jetzt kommt hier so ein monster die brücke ist aber immer noch nicht unten sieht aus als müsste ich die brücke eh nicht benutzen und müsste da hinten ne geht irgendwie ja nicht irgendwo muss ich jetzt die brücke runter lassen ich frag mich nur wo vielleicht doch da vorne geht das ich weiß es nicht ich gucke einfach mal nach so aber eine zünderbüchse habe ich gefunden zünderbüchse 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 whatever so hä die brücke muss runter gelassen werden aber wie soll das gehen ich bin wir einfach mal hier rüber so wasser strömt macht die kammer strömt macht ein merkwürdiges geräusch geräusch ja jetzt erst bemerkt das habe ich gerade eben auch schon die ganze zeit bemerkt er trinkt bestimmt werden oder so was muss ich denn jetzt hier machen die brücke runter lassen ja toll wie ist die frage wie ich gehe einfach nochmal da hin wir sind indianer jones wir schaffen das schon macht die kaputt eine hölzerne kurbel eine hölzerne kurbel muss ich die vielleicht irgendwo reinstecken oder hier mit hammer und meißel geht nicht geht nicht ein handbohrer das gedöns auch nicht denke ich mal wieder zu kompliziert ist bestimmt richtig simpel da komme ich ja auch nicht hin kann ich vielleicht hier rüber springen ne scheint nicht so jetzt bin ich verwirrt pfff hm hallo wie kriege ich die brücke runter hä häh er ist mal wieder dumm im kreis rumlaufen hier kann ich da nicht einfach so drauf also ich kann hier schon mal zum beispiel drauf da müsste ich ja auch eigentlich einfach so hier drauf kommen guck da oben muss ich hin aber wie komme ich da drauf hm mein Ohr juckt häh bestimmt so simpel und ich finde es nicht hallo 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 holl vielleicht irgendwo hier auch nicht hm ich weiß jetzt überall gehe ich nochmal hier hin Dann gucken wir noch mal hier. Hier muss es doch irgendwo was geben. Komm. Gibt's doch ein Ja-Nisch hier. So, kann ich das jetzt auch wieder zurückdrehen? Nein, geht nicht. Ich kann ja sonst Wasser umleiten, ja. Hab ich. Ich muss die Brücke runterlassen. Hallo. OMG. Hier gibt's nur zwei Gänge. Und dann gibt's da einmal Licht. Das heißt, das hier müssten wir eigentlich erfüllt haben. Da gibt's auch noch ein Eins. Okay. Ich guck jetzt noch mal hier. Das haben wir ja ausgemacht. Ah, guck mal, jetzt geht das wieder. Die Frage ist, was bringt das, wenn das geht? Das können wir nicht betätigen. Und hier haben wir auch nichts. Bestimmt ist das richtig simpel. Und ich komm einfach nicht drauf. Lass mich hier einmal durch. Aua. 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 Das sieht nicht gesund aus. Nein, halt, stopp. Dankeschön. Ist die Brücke vielleicht jetzt offen. Auch nicht. Also damit hat's jetzt schon mal nichts zu tun. Wozu hat's denn sonst damit Aufsicht? Aufsicht. Aufsicht. Groß ist es jetzt nicht. Hm. Sehr, sehr merkwürdig. Jetzt verzweifle ich an dieser Scheiße hier. Meine Güte. Hallo. Lösung. Lösung, wo bist du? Ich lauf einfach da hoch. Lass mich hier hoch. Muss ich vielleicht irgendwas erhitzen mit dem Öl-Gedöns da? Hitze-Gedöns. Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Und da ist auch nichts drin. Machen wir das mal an hier. Machen wir mal eine Zünderbüchse hin. Muss ich vielleicht... Eine Kurbel für eine Maschine. Ja, wow. Wo muss ich die hinpacken? Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Und wenn ich die Kurbel hier dran mache... Wah! Dann ist das Ding jetzt auch nicht unten. Ich glaube, wir haben hier eigentlich alles erledigt. Und... Weil ich das glaube, laufe ich jetzt einfach hier raus. Weil... Pfff... Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hallo! Wenn man ja nicht weiß, wo man hin muss. Geht man eigentlich einfach woanders hin. Aha! Aha, aha, aha. Na, okay. Das geht auch nicht. Jetzt geht's. Hä? What the fuck? So, die Brückstecke muss angehoben werden, um sie wieder frei zu bekommen. Mach auf! Aufstecken zu bleiben! Aua! Auch nicht. Hm. Ist jetzt vielleicht das Wasser abgezogen. Nö. Hä? Höh! Ich bin total verwirrt. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wie geht das? Ich habe keine Ahnung. Das Ding geht auch nicht ganz runter. Es muss irgendwas hier drin sein. Das kann doch nicht angehen. Vielleicht steht ja etwas noch in den Notizen. Ja. ja steht auch nichts in den notizen vielleicht noch mal was ja ganze generation von menschen ja das ist für die andere maschine aber was muss ich denn machen jetzt hier ich habe noch so ein hebel ich weiß nicht wo ich das durch das jetzt wie machen soll wo müsste ich das jetzt anbringen muss ich vielleicht irgendwas hier mitmachen ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich bin total überfragt ja ich würde mal sagen bevor ich hier mich noch 10.000 jahre hier tot suche suche ich das mal ein bisschen offscreen und wir sehen uns dann gleich wieder also bis gleich ciao